So Leute, heute geht es mal in die tollste und schnellste Folge der Shop News mit uns bei. So Leute, wir haben jetzt einen neuen Creator Code. Den könnt ihr gerne hier unten rechts in einem Shop eintragen. Einfach es so gleich eintragen, da ihr es auf annehmen drücken und dann kriegt ihr, äh, nix. Ja Leute, jetzt gucken die unten auf die Zeit und denken sich, wöööö, trotzdem zwölf Minuten oder so. Ja, ich wäre froh, wenn wir es in zwölf Minuten schaffen, weil es gibt was Neues im Shop. Und zwar, äh, geil, wir haben durchgezählt und es waren tatsächlich 30 Items heute. Ja, da würde ich mal sagen, wir waren am überlegen gewesen, wie wir das am besten jetzt hinkriegen, dass wir nicht bei einer 30 Minuten Folge landen. Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich durchzukommen. Also wir fangen mal von den Linken, was er gebaut und ich, äh, ja. Wir machen keine Bewertung mehr, wir gucken nur kurz, wir blenden die, wir fangen ganz recht an. So, ganz rechts, Schauli, Zitap, also Schauli. Wir gehen sit-up, wir blenden nur kurz die Bewertung ein und gucken uns das an, vor 60 Tagen, 3,94,5, bei einer, das ist die Worte am Zogen, ja, nur so, das ist noch mal drin gewesen, so, als war, dann kommen wir jetzt zum Schauntraining. Nein, das ist doch, also da gaan, okay, da war es mal, wir waren erstmal, wir waren erst mal, 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 wir haben erst mal, ich hab, ich hab, was ich hab, das ist, das müssen wir, wir mal kurz, oh, das sieht aber cool aus, das ist doch echt cool aus, so, so steh ich mir da, so geil. das könnte ich sagen 321 4 ja definitiv 3 335 bei drei woz und so alles da und gehen genau das ist ja aber das ist ja nicht schön das ist ja keiner mit 30 minuten wir machen das anders wir blenden nur kurz die bewertung ein die leute kannst du selber lesen also wir sagen mal hallo es gibt auch leute wie das ist dass die zuhören deswegen müssen ganz schnell die durchlaufen und ihr könnt das ja alles auf 0,25 stellen das wäre mal interessant das werde ich wahrscheinlich später machen ich werde mal das video dann ganz lang ist also immer hier war sieben fünf fünf vier wochen so also der bock darauf hat es einfach mal ganz langsam so die kommen die auf die idee 30 items ich weiß es nicht wir haben heute ein problem so 3 gemacht und wir gehen also zum so und dass wir sagen dass er mit der einiger tochter von 9 4 9 sogar 9 die ratte tiger kran tiger krallen juhu ja sehen tonne aus ich versuche mal so ein bisschen im hintergrund so momentan hat sich davon gar nicht aus der ruhe bringen dann nein tut es einfach wie so lollis wie so alte zucker raster ready und jetzt kommst du bist du jetzt schon bei den neuen alten ist jetzt schon bei den neuen alten ist er braucht keiner mehr bis zum ende zu schauen dann wo hast du dir ich habe keine nicht da sind ich da was machst du sie sind nicht da wo sie dann hat also doch ja weil er muss irgendwo gewesen sei erst wahrscheinlich weggeklickt und da ist noch dieses komische jetzt habe ich was falsches gelesen ja ich auch so ein bisschen ich war eben gerade ein bisschen im sexualkundenunterricht genannt ist doch nicht heralds wand doch nein nein alter heralds wand ist es ist hier von black and scourge okay was wir gucken lassen wir lesen den namen und dann könnt ihr euch vorstellen wir haben das in irgendwie einfach mal kurz überlesen und die uhrzeit will ich sagen so 321 34 klar schnick schnack schnuck auf so uns gegenseitig gehauen und eine meine ja so jetzt lass mich mal ganz kurz die fremden gehen wir gehen wir ganz kurz zurück ich will mir das nun mal so gedanklich durchspielen was das eigentlich heißt nein nein jetzt nein das wird es neben den megacool hat er eine gewisse ähnlichkeit mit mir genau drei zwei drei zwei eins dem alten 3213 ja ich gebe den vier auf nerven schnee schnack schnuck also noch mehr folge vergleich 305 353 so als ich hatte keine jüdigkeit mit mir nicht und wie geht es gleich am wasser gebaut am untergebracht man genau das wird super toll das macht auch mega viel bock muss ich sagen dazu sagen jetzt die ganze idee durch die werschen und die alle da alles war auf 20 was auf dem stellen da wenn ihr ein 30 minuten lang haben 30 minuten video haben wollt genau jetzt kommen wir zu vier mal so das kann man immer gebrauchen habe ich sehr oft gemacht wenn er sofort tot war am 18 juni 2018 wir sind siebten siebten siebte mal noch nach zu meinen lassen seit mann schon von 29 tagen am 19 29 sind das aber meistens macht er sofort wenn ich tot bin kann mein gott die grabe der graffi die rolle was überhaupt zeitlich gesehen das ist so geht doch kommen noch gut durch die rolle die rolle das teil würde ich mal sagen ich weiß ich habe bei 8 bei 18 boot und 3 schon lange nach dem wesen selten mal ein reichen machen das ist 244 jahre jetzt kommen wir auch schon zunächst einmal und ich will sagen wir kommen zu papieren da habe ich ein gameplay dazu genau alles da macht das und weil es in alles anklicken rechts in der ecke 3 4 3 4 3 4 4 4 ich meine das ist jetzt im job am 6 6 januar 19 13 mal tun wird der betrunken schlagen haben sich denn das ist das war dringend gewesen es ist natürlich also es kommt direkt zum straßen stürmer und ja was würde ich dem geben da ich keine andere und da würde ich sagen 2 5 bei 11 8 1 erst mal 9 oktober zu was 19 das dritte mal und vor 70 tagen das ist das man irgendwie sagen 18 oder 19 so leute und wir kommen schon zum nächsten ein ist das versuchen wir sind zu internieren wir können die stimmelage schon sagt ihr könnt ja alles ihr könnt ja alles auf 0,25 stellen dann denkt ihr auch ich werde betrunken perfekt 2 6 5 4 14 13 und wir kommen schon vor 204 tagen am 9 8 juli 2019 und wir kommen schon zunächst und das ist der vorletzte zeit für den heutigen tag soll es also das kann jetzt wirklich keine sagen jetzt sind wir mal jetzt haben wir es fast was jetzt kommen zum geißel geißel und scourge black fest und geißel hier war 354 am 15 oktober zu sagt dass er dringend ist sollte man einfach zu meinen das ist das best und das ist der black und dann will ich sagen 3,6 bei 14 12 oktober zu sagen wir schon in der zunge vor Ort muss ich ihre zunge dann entknoten ein Video müssen sie nicht jetzt kann man schon zum vorletzten einem und dann will ich sagen die 324 21 am 12 oktober so jetzt kommt ihr mal bitte in die kommentare reinschreiben ja hat er das hat er das gut hinbekommen also jetzt mal jetzt mal unabhängig davon so können doch nicht die videos in zukunft aussehen oder macht mal vorschläge unten in die kommentare wie ihr euch die videos wünschen die zukunft weil das mal also es macht uns kein spaß und ich denke mal ich weiß ja wie es euch geht aber mir hat es jetzt schon spaß macht er dir durch zu machen echt hast du zeig mal deine zunge hast du einen knoten drin ich sehe daher rechts das sieht aus wie eine brezel gerade deine so dann würde ich sagen wenn es euch gefallen ist mir gerne daumen nach oben da ja wir müssen noch den shop bewerten er hätte und 2243